Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick für die kommende Woche. Wir blicken wie immer ganz normal auf die traditionellen Märkte, auf die Kryptomärkte und natürlich auch ein bisschen auf die Forex-Märkte mit dem US-Dollar und heute mal ausnahmsweise auf den Euro auch nochmal dazu, also Euro gegenüber Dollar, weil da ich momentan auch ein bisschen mehr einfach trade, weil Kryptomärkte teilweise echt nur Bitcoin oder so Altcoins momentan echt die Finger davon lasse, deswegen so ein bisschen mehr auf Forex derzeit schiel. Lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut traden, werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen. Natürlich wie gesagt auch die Stockmärkte, wie geht es da weiter, wie können wir uns weiter positionieren, was machen unsere laufenden Trades, das werden wir uns natürlich anschauen und natürlich die aktuellen News, die nächste Woche anstehen. Schau mal vorweg, es steht nicht wirklich viel ein, aber so ein kleines Event wird doch vielleicht dann am Donnerstag sehr, sehr entscheidend mal werden. Auf jeden Fall, bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc., Signale, kommt da gerne rein, ist alles for free, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr auch Forex traden könnt, wie zum Beispiel Euro, US-Dollar etc., natürlich auch Stockmärkte, trade ich alles bei BingX, bei meiner Partnerbörse, schaut da gerne vorbei. Ihr könnt momentan weiterhin die 20 und 30 USDT Free Trades auf jeden Fall euch abholen, einfach anmelden und dann war es das schon. Ihr müsst da auch erstmal selber nichts einzahlen, aber wenn euch die Börse dann gefällt, könnt ihr da im Endeffekt noch mehr abgreifen, je nachdem wie viel Tradingvolumen ihr dann rein, zumindest mal kumuliert, so kann man das ganz gut sagen. Also checkt gerne unten den Link auch in der Videobeschreibung ab. So, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem DXY und da haben wir eine schöne Reaktion letzte Woche schon gesehen. Einerseits durch unseren doppelten Boden, den wir hier gebildet haben, diese Woche schön nochmal das tiefere Tief abgegriffen. Wir schauen uns das Ganze nochmal auf dem 4-Stunden-Timeframe genauer an. Da haben wir unter der Woche auch mal im ganz normalen Krypto-Update drüber gesprochen. Schöner doppelter Boden mit einer Bullish Divergence, mit einem höheren Tief im Errors, ein tieferes Tief im Chart. Daraufhin der schöne Impuls und genau hier oben erstmal unseren Zielbereich abgeholt. Daraufhin natürlich Dollar erst einmal Short Entry abgeholt. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz an, wo wir denn hier rejected worden sind. Das sehen wir auch ganz gut. Wir sind genau ans 0786er hier reingekommen. Wie gesagt, das war so unsere Zielmarke. Die Liquidität hier drüber abgreifen und jetzt erstmal so ein bisschen nach unten. Natürlich bilden wir uns hier derzeit so eine kleine Bullflag. Das schauen wir uns auch nochmal auf dem 1-Stunden-Timeframe an. Könnte zumindest eine werden, je nachdem wie weiter sich das ausbaut. Wir haben jetzt Wochenende, da müssen wir sowieso dann nächste Woche erst einmal ein bisschen abwarten. Könnte natürlich dann auch ein kleines Symmetrical Triangle werden. Ich gehe aber ganz ehrlich davon aus, dass wir jetzt erstmal wieder den Gang runterschalten und zumindest eine kleinere Korrektur sehen. Wohin könnte diese Korrektur führen? Das werden wir uns jetzt auch natürlich anschauen. Auch hierzu nutzen wir einfach wieder das FIP-Level von unserem Pump-Beginn bis zu unserem derzeitigen Top. Würde es sehr, sehr gut passen, wenn wir einfach hier nochmal runtergehen bis ungefähr 102,43 US-Dollar. Wäre nicht wirklich verkehrt, meines Erachtens nach. Einerseits, um hier nochmal so ein bisschen Liquidität in diesem Bereich runterzubringen, würde aber eher sogar darauf tendieren, dass wir uns eher so in diesen alten Order-Block hier nochmal reinmischen im 0,5 Fibonacci Retracement Level bei 102,541. Das ist jetzt auch erst einmal so ein bisschen mein Short-Ziel, Stop-Loss-Entry erst einmal, nachdem wir hier oben jetzt wie gesagt das erstmal abgeholt haben. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und gleichzeitig würde ich dann gerne nochmal auf den Euro blicken, weil der lässt sich derzeit, finde ich, sehr, sehr gut eben gegenüber dem Dollar traden. Wo haben wir den Euro? Wo haben wir ihn? Hier. So. Wie ihr wisst, wir hatten ja letzte Woche oder ich glaube vorletzte Woche schon, ich weiß es gar nicht mehr, Short-Entry hier oben reingesetzt bei den 109, also 1,097 Euro. Das war unser Entry. Stop-Loss waren hier oben bei den 1,104 Euro. Das war unser Short-Stop-Loss, sage ich mal, für da oben. Entry, mittlerweile Stop-Loss-Entry auf jeden Fall. Ich habe die Position jetzt sogar nochmal ein bisschen verdoppelt von dem Short, nachdem wir jetzt ein Retracement bekommen haben. Drei Tech-Profits wurden erreicht. Wir haben hier unten die Zielmarke unserer Demand-Zone erreicht, also das heißt, unsere Support-Zone hier unten, die wurde erreicht, fast auf den Dollar genau. Beziehungsweise, warte, ich muss ein bisschen höher ziehen. So, hier, das war der Order-Block, der wurde perfekt erreicht, das heißt, drei Tech-Profits gezogen. Short deswegen nochmal ein bisschen verdoppelt, weil ich eventuell nochmal, was wir jetzt gerade eben beim Dollar gesehen haben, dass wir doch nochmal so ein kleines Doppeltop kriegen könnten. Würde dann für den Euro eben auch dafür sprechen. Und gleichzeitig läuft noch unsere Long, wer sich noch daran erinnern kann, unsere Long von hier unten, die wir bei den 1,07 Euro aufgemacht haben, die habe ich jetzt mittlerweile verdoppelt. Die habe ich genau hier in diesem Bereich, wo wir eben zwischen Support und dieser Ineffizienz hier gehandelt haben. Die wurde jetzt verdoppelt, die könnt ihr auch im Endeffekt immer noch verdoppeln, das macht jetzt sehr, sehr wenig Unterschied eigentlich derzeit. Und Stop-Loss ist jetzt derzeit bei 1,078 Dollar. Deswegen auch hier so diese Prozentangabe, das habe ich ein bisschen gebraucht, um vorher nochmal ein bisschen zu rechnen. Also grob geschätzt, Stop-Loss ist derzeit bei 1,08 Euro. Also die zwei Trades laufen auf jeden Fall, US-Dollar Short, Euro Long und Short. Also zwei Trades, die hier momentan parallel laufen, kann man sich aber sehr, sehr gut abwägen. Ich denke, der Euro wird auf jeden Fall, und das wird jetzt so der erste Take-Profit sein für den Euro. Das kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Fib-Level ziehen, Fibonacci. Fibonacci glaube ich, dass wir zumindest mal hier oben bei den 1,091, das wäre so der erste Take-Profit von der Verdoppelung. Also hier das auf jeden Fall mal gerne im Blick behalten. Ich wollte nicht direkt ins Golden Pocket, weil die Ineffizienz hier schon ein bisschen eher anfängt. Deswegen spekuliere ich eher darauf, als aufs Golden Pocket, wenn er da hochkommt, umso besser. Einen zweiten Take-Profit, sollten wir überhaupt hier hochkommen, liegt bei 1,095 Euro. Das sind jetzt erstmal so ein bisschen die Targets für die nächsten Tage. Also Forex-Märkte, erst einmal ein bisschen abgearbeitet. Macht momentan echt Spaß, kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr Bock habt auf Forex. Schaut euch einfach mal einen Dollar und einen Euro an. Macht wirklich Bock, das so ein bisschen zu traden. Dann gehen wir rüber zum Dow Jones. Fangen wir an mit den traditionellen Märkten. Gehen hier gleich mal auf den Daily-Time-Frame und schauen uns den ganzen Mist einmal an, was hier passiert ist. Wir haben komplett unseren Support verloren. Das war eigentlich so unser Zielweg, den wir darüber gesprochen haben auf dem Daily-Time-Frame. Der Zielbereich hat leider nicht gehalten. Wir sind tiefer gefallen. Auch vom Stop-Loss her habe ich da nicht gemacht, weil da einfach keine Reaktion war. Aber wir schauen uns das Ganze mal auf dem 4-Stunden-Time-Frame an, warum wir hier nicht rein sind. Das war die Reaktion. Also hier auf diesem Block, da war die Position, wo eigentlich long geplant war. Aber schaut euch einfach mal die Reaktion an. Erste Reaktion und dann hier immer noch rumgegambelt und dann auch hier ein bisschen rumgetanzt. Das war keine Long-Position mehr wert. Deswegen kam hier einfach kein Signal mehr oder keine Info mehr. Wenn der Dow Jones jetzt, sage ich mal, seine Korrektur weiter fortsetzen möchte, ist es sehr, sehr gut möglich, auch hier mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, dass wir uns hier unten in diesem Bereich erstmal einpendeln, diese Tiefs hier nochmal abgreifen. Bei den 33.440 Punkten bis ungefähr 33.370 Punkten. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Zielmarke für einen weiteren potenziellen Long-Einstieg, um dann, sage ich mal, hier wieder eine Gegenbewegung nach oben hin mitzunehmen. Wird auch möglicherweise dann auf die News ankommen. Montag, Dienstag, Mittwoch keine News, also nichts wirklich Spannendes. Donnerstag dann das Bruttoinlandsprodukt mit einer Prognose von 1,4. Also es wird hier mit einem deutlichen Rückgang erst einmal, beziehungsweise aktuell sind wir bei 1,3. Warum hier vorherig 2,6 steht, keine Ahnung, was für ein Schmar irgendwie. Wir sind auf jeden Fall aktuell bei 1,3 Prozent Bruttoinlandsprodukt mit 1,4. Also es wird sogar mit einer leichten Steigerung gerechnet. Sollte dieses negativ ausfallen, also dass das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben hier nochmal einen größeren Crash sehen. Oder was heißt Crash, eine größere Korrektur. Aber das wäre jetzt erstmal so der erste Punkt, die 33.000, grob 400 Punkte Marke, erst einmal hier beim Dow Jones anzuvisieren. Wir haben noch kein tieferes Tief, deshalb gut möglich, dass wir im Endeffekt nur dieses Tief hier nochmal abgreifen, Liquidität, die darunter sich angesammelt hat, abfischen und dann einen neuen Haltepunkt nach oben hin suchen. Aber ansonsten hier oben die Bearish Direction, das hat sehr, sehr gut gezogen. Und dann erstmal nach unten, aber leider, wie gesagt, der Long Entry war dann einfach Müll. Gehen wir rüber zum Nasdaq, wie sieht es da derzeit aus? Also da passt erstmal so ein bisschen die Richtung, aber es hat sich hier auch sehr, sehr wenig getan. Muss man fairerweise so sagen, also die letzten Tage. Klar, wir haben nochmal unseren Push nach oben hinbekommen. So die Zielmarke, das Gap hier oben gefüllt, das Hoch hier angetestet, beziehungsweise beide Hochs angetestet. Nicht wirklich drüber geschlossen auf 4 Stunden Basis. Und jetzt so einen kleinen Rücksetzer gesehen. Den Plan würde ich jetzt auch erst einmal so ein bisschen lassen, wenn wir ein bisschen so davon ausgehen. Okay, Dow Jones ein bisschen rückläufig. Nasdaq jetzt ein bisschen rückläufig. Vielleicht auch von der geringen Newslage jetzt erstmal so ein bisschen durchatmen. Wir haben hier halt eine enorme Rallye beim Nasdaq. Shorten würde ich das Ganze nicht. Ich suche hier weiter eher nach Long-Einstiegen. Wir haben das Golden Pocket durchbrochen. Auch schon mal letzte Woche darüber gesprochen, dass wir genau da drin waren. Jetzt haben wir es durchbrochen. Nachhaltig sind es knapp bis zum 0,786er. Es wäre nicht verkehrt, hier einfach mal eine Erholungspause zu sehen. Aber auch hier derzeit kein Short-Entry. Kein Long-Entry. Da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht aufhalten. Wenn es da irgendwas gäbe, wie gesagt, gerne jederzeit in die Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Das sind so momentan einfach, Nasdaq würde ich einfach nicht traden. Dow Jones gefällt mir ein bisschen besser. Nasdaq only Long, aber da tut sich momentan auch zu wenig. Der Abtrend ist intakt. Höhere Hochs, höhere Tiefs. Also da braucht man nicht reinschorten derzeit. Das ist einfach fast wie Selbstmord hier irgendwie reinzuschorten ohne richtiges Setup. Der Einstieg hier unten, der bleibt wie gesagt weiterhin. Einfach um diesen Bereich des 0,5ers nochmal zu testen. Also des ehemaligen 0,5ers oder des aktuellen ehemaligen Widerstands 0,5ers. Weil wir auch hier schon ein schönes Gap haben. Wir würden diesen ehemaligen Widerstandsbereich als Support testen. Und könnten dann von hier aus gegebenenfalls Richtung All-Time-High weitergehen. Aber erstmal für mich persönlich Korrekturmodus an. Dann der S&P 500. Gleiches Spiel hatten wir auch hier. Haben wir glaube ich auch schon mal diese Woche oder letzte Woche darüber gesprochen. Ich glaube letzte Woche darüber gesprochen. Wir sind weiterhin auf einem 4-Stunden-Timefilm. Da gab es ja letzte Woche dann auch noch oder diese Woche Montag Feiertag. Hat sich auch wenig getan. Also eher so ein bisschen Downside. Wir haben aber nicht diesen Support-Bereich unseres Abtrends getestet. Also war auch hier jetzt kein wirkliches Signal die Woche möglich. Es hat sich einfach zu wenig getan. Ich gehe weiterhin wie gesagt davon aus, dass wir zumindest nochmal diesen ehemaligen Contra-Level-Bereich, das heißt hier wo immer Widerstand war, Widerstand. Und auch unser Abtrend wartet, dass wir diesen nochmal als Support testen. Passt natürlich auch sehr, sehr gut. Wenn wir uns jetzt einfach mal, wie zeichne ich euch das am besten ein, hier mit einer gelben Linie hätten wir auch hier noch die Möglichkeit eines Ascending Triangles. Patternfreunde da draußen, wir gehen das Ganze wieder ein bisschen konservativer an. Würde auch sehr, sehr gut zu unserem Zielbereich hier oben bei den 4.590 Punkten passen beim SPX, deswegen Rücksetzer, Abtrend testen und dann mal so ungefähr diesen Bereich hier, dieser Box im Auge behalten. Entry würde ich dann hier ungefähr bei 4.258 Punkten legen und ein Stop-Loss bei ungefähr 4.164. Das ist aber erst jetzt mal so ein bisschen grob. Wir schauen uns das Ganze an. Auf jeden Fall würde ich es unter dieser Linie des Ascending Triangles und unter dieser grünen Box erst einmal lassen. Das wäre jetzt erst mal so das Setup für die nächste Woche, aber ansonsten braucht man hier auch nicht näher eingehen. Es hat sich wenig getan. Wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch kaum News. Donnerstag Bruttoinlandsprodukt bei den Stocks könnte dann doch ein bisschen interessanter werden. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier hat sich derzeit eigentlich wenig getan. Das Short-Setup, haben wir da ein Short? Ne, wir haben kein Short-Setup. Das war in Planung. Wir hatten aber dann, beziehungsweise hatte ich so ein kleines Problemchen damit. Und zwar haben wir bei der Erholung nicht mehr wirklich viel gesehen. Wir gehen mal in den 1-Stunden-Timeframe. Da seht ihr das vielleicht ein bisschen genauer. Ich wollte eigentlich hier dieses Retracement, nachdem wir hier runtergekommen sind auf 15.8. Dachte ich, okay, ne, warte mal. Ich brauche gerade kurz Ordnung. Ne, das war zu früh. Das war im Laufe der Woche. Ich glaube, hier war das. Irgendwo hier. Egal, auf jeden Fall haben wir das Retracement nicht bekommen, was ich wollte für einen Short-Einstieg. Das hier oben waren wir ein bisschen zu riskant. Deswegen kein Short-Entry beim DAX erst einmal. Der Long zur Info wurde verdoppelt. Also vergesst jetzt einfach das mit dem Short. Wir müssen einen neuen Short-Einstieg suchen. Das war jetzt einfach so die Hauptbeteiligung. Der Long hier unten bei den 16.000, ne, 15.640. Der läuft weiterhin. Den habe ich jetzt sogar nochmal verdoppelt. Hier unten an diesem Wendepunkt bei 15.800. Also nicht ganz am Boden, bei 15.800. Das heißt, wir sind hier ziemlich nah am End für jetzt mittlerweile. Ich erhoffe mir aber hier jetzt im Laufe der nächsten Woche eine Erholung. Und dafür können wir jetzt mal das FIP-Level ziehen und schauen, wo es die Erholung hinbringen würde. Das würde hier ungefähr den Bereich der 16.160 Punkte bewegen. Deswegen würde aber den ersten Take Profit nach der Verdopplung jetzt erstmal hier in diesem Bereich bei den knapp 16.000 Punkten liegen. Das wäre der erste Take Profit. Und den zweiten dann auf jeden Fall hier oben am Golden Pocket. Und hier oben am Golden Pocket können wir uns dann Gedanken machen, ob wir hier gegebenenfalls einen Short nochmal reinhatchen. Das heißt, Long läuft. Short ist auf jeden Fall hier oben drin in Planung. Den aber als, wie gesagt, als Hatch. Das heißt, wir machen hier die halbe Positionsgröße der Long, um hier nicht so wirklich das Risiko zu gehen. Ich würde aber sehr, sehr gut für im Laufe der Woche zumindest eine kurzfristige Erholung sprechen, dass wir hier erstmal dann den Short machen und natürlich die zwei Take Profits von dem DAX Long. Also das heißt, derzeit laufen einfach im Endeffekt bei mir US-Dollar Short müsste laufen, Euro Short, Euro Long. DAX läuft, BTC kommen wir gleich drauf zu sprechen und Gold kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Fahrplan. Ich bin beim DAX deutlich bullischer als bei den normalen Märkten. Und ich würde mir hier einfach ein tieferes Hoch wünschen, einfach um hier wirklich mal dann diese Trendwende beim DAX, also das heißt vom Bullish auf Bearish, zu vollziehen. Gehen wir rüber zu den anderen Märkten und zwar zu Gold. Gold hat sich ja diese Woche weiterhin seinen Abwärtstrend deutlich, deutlich fortgesetzt. Also auch die Korrektur, die wir hier bekommen haben, es wurde jetzt der zweite Entry abgeholt. Haben wir auch schon mal die Woche im Krypto-Update darüber gesprochen, dass Gold möglicherweise jetzt hier erstmal seinen vorläufigen Boden gesehen hat. Die Order wurde abgeholt. Stop-Loss bei mir persönlich liegt derzeit bei den 1.870. Das bitte noch nicht so ernst nehmen. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber derzeit liegt da bei 1.870 der Stop-Loss, weil ich hier hoffe, dass wir nicht mehr an das 0.786 kommen. Golden Pocket wurde jetzt erstmal gehittet. Wir hatten auch schon den ersten schönen Impuls hier nach oben bis 1.937. Auch hier wurde der erste Take-Profit gehittet. Für alle, die jetzt erst das Video schauen oder immer auf den Marktausblick warten, holt euch den ersten Take-Profit genau hier einfach wieder an dem Top. Wir haben kein höheres Hoch hier gebildet. Auch sehr, sehr interessant. Wir hatten zwar eine schöne Aufwärtsbewegung oder relativ zeitnah diese Aufwärtsbewegung, aber eben kein höheres Hoch gebildet. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall drüber bei Gold, um dann gegebenenfalls auch hier die Aufwärtsbewegung dann wirklich fortzusetzen und in Richtung neues All-Time-High erst einmal zu gehen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier derzeit den Gold Long offen. Ich habe auch noch einen Short-Trade, der war aber nicht öffentlich. Da habe ich erstmal ein bisschen für mich selber das gemacht. Aber einen Short-Trade derzeit würde ich jetzt erstmal nicht abwarten. Also wir machen jetzt hier erstmal keinen Short-Trade. Gegebenenfalls, wenn wir uns jetzt hier mal so den letzten Abverkauf gesamt angucken, wäre dann auch hier im Endeffekt das Level die 1945 bis 1947, die gegebenenfalls nochmal für einen Short-Entry interessant werden könnten. Spekuliere aber derzeit eher auf den Long. Lass uns auf den Long konzentrieren und den, sage ich mal, weiter nach oben hin pushen. Aber übergeordnet muss man natürlich auch fairerweise sagen, Gold derzeit. Wir machen die FIP-Levels mal ganz kurz weg, damit einfach die Übersichtlichkeit ein bisschen gegeben ist. Gold derzeit einfach in einem Abwärtstrend. Wir hatten die Woche schon mal ein bisschen die Diskussion, Dollar sinkt und Gold sinkt. Kann das überhaupt so sein? Ja, es kann so sein. Natürlich, es sind zwei komplett gegenseitige Anlageklassen. Wir hatten auch schon DXY-Punkt und Gold-Punkt. Also da bitte nicht so drauf festlegen. Aber wie gesagt, Gold bin ich jetzt erstmal durch den Hit ins Golden Pocket jetzt erstmal ein bisschen optimistischer. Na klar, wir haben hier unten noch diese Gaps bei ungefähr des 0,786, halt 1.870. Da, wie gesagt, spekuliere ich gerade noch so ein bisschen wegen dem Long hier, ob wir den Stop-Loss tiefer setzen. Momentan bleibt er da. Wenn es irgendwelche Updates gibt, wie gesagt, Talk und Signal Gruppe gerne reinscheuen. Dort kriegt ihr dann alles mit erst einmal. Ja, ansonsten gibt es wenig zu sagen. Wir gehen noch rüber ganz zum Schluss zu Bitcoin. Bitcoin diese Woche natürlich komplett außer Rand und Band. Also wir haben hier innerhalb kürzester Zeit, also seit der letzten Woche, wo wir hier bei 25.8 waren, sind wir bis auf 31.400 US-Dollar gekommen. Ich rechne ganz ehrlich hier, wenn wir jetzt diese Woche nicht abschließen sollten mit 32.400, nächste Woche mit einer Korrektur bis ungefähr 27.000 US-Dollar. Dort wird dann unsere Long, die wir bei 25.050 US-Dollar aufgemacht haben, wieder verlängert. Short habe ich heute früh im Video angesprochen. Schaut euch gerne das Video von heute Morgen nochmal an, wer Shorten interessiert ist möglicherweise. Aber auch da werdet ihr dann auf jeden Fall eine Benachrichtigung kriegen, sollte ich hier irgendwie in den Short reingehen. Gut, damit würde ich sagen, war das heute mal ein bisschen längeres Video, natürlich auch ein bisschen ausführlicher. Aber es hat sich auch die Woche bei manchen Märkten zumindest relativ viel getan, wo wir auch über Trades sprechen könnten. Das war es auf jeden Fall von mir. Like da lassen, Abo da lassen, gerne unten einen Kommentar, um den Algo ein bisschen zu pushen. Ich gebe mir hier echt Mühe für diese Videos, beziehungsweise versuche euch hier die meisten Einblicke zu geben. Deswegen immer samstags. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, Telegram-Gruppe join, Podcast gerne anhören. Der jetzt halt gestern, 12 Uhr wieder draußen ist, die neue Folge. Und wie gesagt, Partnerbörse, Bingix, abchecken. Das war es jetzt von mir. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.